Hier sind ehemalige Munitionsbunker in dem Gebäude, oder beziehungsweise am Nebengebäude. Schleiner Bauwagen, nach folgendem weiteres Gebäude hier an dem Moorackerhof. Der jetzt natürlich auch leer steht, seit Jahrzehnten. Auch hier alles zugenagelt. Eigentlich schade um das schöne Gebäude, oder um den ganzen Hof, hier einst eine Garage. Blick von hinten. Dachrinne ist schön durchgerostet, hier hat der Holzhund seine Arbeit geleistet.